Was geht Leute? Eure Hens zurück mit einem Video hier auf dem Channel. Heute wunderschönes Regenwetter und das krasse ist, ich stehe gerade unten vor meiner Haustür und zieht euch das mal rein. Ohne Scheiß. Überall sieht es bei mir hier so aus. Hier ist gerade jemand lang gelaufen. Ohne Scheiß, so tief, also über die Schuhe so tief, ungefähr sagen wir bis hier, geht es jetzt gerade tief. Das ist schon auf jeden Fall ein bisschen nice. Was für ein Wetter. Und es soll den ganzen Tag so regnen. Ich möchte nicht wissen, was heute hier noch passiert. Ich war heute beim Friseur und im Solarium und ja, ist schon nice geworden wieder. Auf jeden Fall sieht es wirklich geil aus. Geiles, geiles Regenwetter. Ich fletschere hier überall raus und ich bin noch gespannt, wie weit das noch steigt. Oh, da ist es schon gefallen. Alles besser. Richtig nice Leute. Ja, also ich halte euch natürlich auf dem Laufenden wieder und falls hier das noch mehr steigen sollte oder so, dann werde ich euch natürlich ein neues Video hochhauen. Also, bis dann. Tschüss. 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 Bis dann. Tschüss. tsch.